Mit JTL-WMS verwalten Sie Ihren kompletten Warenfluss sicher, schnell und einfach. In diesem Video zeigen wir Ihnen den Wareneingang in JTL-WMS. Identifizieren Sie Ihre Artikel eindeutig, buchen diese auf die Lagerplätze und haben so die volle Kontrolle über Ihre Lieferungen. Sobald eine Lieferung im Lager eintrifft, kann sie mit JTL-WMS bearbeitet werden. Der Mitarbeiter muss nicht genau wissen, zu welcher Bestellung die Artikel gehören. Er scannt einfach einen Artikel der Lieferung und JTL-WMS zeigt die Bestellungen an, in denen dieser Artikel enthalten ist und noch nicht eingebucht wurde. Falls der Lieferant mehrere Bestellungen gemischt liefert, kann optional auch automatisch auf die älteste, offene Position des Artikels bei diesem Lieferanten gebucht werden. Artikel, die nicht über JTL-Wawi bestellt wurden, können mit dem freien Wareneingang bearbeitet werden. In diesem Beispiel wird die zugehörige Bestellung ausgewählt. Nacheinander werden nun die Artikel der Lieferung gescannt und auf den Einlagerwagen gelegt, mit dem die Artikel später ins Lager gebracht werden. Die Artikel können anhand der EAN, Artikelnummer, UPC, ISBN oder HAN identifiziert werden. Für Artikel ohne Etikett werden direkt im Wareneingang Etiketten gedruckt. Sobald ein Artikel gescannt wird, der für einen Auftrag reserviert ist, kann dieser direkt in die zugehörige Versandbox gepackt werden. Dies ist optimal für Händler, die erst Ware bestellen, sobald ein Auftrag eingeht. Aufträge, die nur aus dem aktuellen Artikel bestehen, können direkt aus dem Wareneingang versandt werden. Dazu öffnet sich automatisch der Easy Shipping Dialog. Und JTL WMS druckt die Versanddokumente, das Versandetikett und versendet eine E-Mail an den Empfänger. Die Einlagerung der Waren auf die Lagerplätze erfolgt mit mobilen Datenerfassungsgeräten. Dazu eignen sich zum Beispiel MDEs, Tablets oder Smartphones. JTL WMS weiß, welche Artikel auf welchen Plätzen liegen. Die Regale und Fächer sind dementsprechend bezeichnet. Ihr Mitarbeiter nimmt sich einen beliebigen Artikel vom Einlagerwagen und scannt diesen. Er kann ihn nun auf jeden beliebigen Lagerplatz legen. JTL WMS zeigt ihm zusätzlich alle freien Plätze und die Plätze an, auf denen dieser Artikel schon liegt. Zum Bestätigen scannt er den gewünschten Platz und legt den Artikel ab. Es ist ohne Probleme möglich, jeden Artikel auf mehrere Plätze zu verteilen oder verschiedene Artikel auf demselben Platz zu lagern. Außerdem können für jeden Artikel sogenannte Vorgabeplätze oder Bereiche konfiguriert werden, welche dem Mitarbeiter bei der Platzwahl farbig angezeigt werden. JTL WMS sorgt dafür, dass mit einem sauberen Warenfluss alle Artikel identifiziert, kontrolliert und eingelagert bzw. direkt versandt werden. JTL WMS ist beliebig skalierbar. Es lassen sich ohne weiteres neue Wareneingangsplätze, Einlagerwagen oder Lagerplätze anlegen. JTL WMS 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 Vielen Dank.